Namaste, nomaske, herzlich willkommen beim Kaimi Report, die Geschichte hinter der Geschichte, das fast tägliche Manöver gegen die zunehmende Debilokratie. Dienstag ist es und zwar der 27. August 2024. Schön seid ihr bei uns zu einem Video genannt, benannt Lost in Transnation. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist ein Schreibfehler und er verwechselt da was, der alte Junge. Nein, es ist keine Verwechslung mit diesem wunderbaren Film, Lost in Transnation aus dem Jahre 2003. 21 Jahre ist dieser Film schon her, es kommt mir vor, als hätte ich ihn erst gesehen. Mit Bill Murray und Scarlett Johansson spielt in Japan eine tolle Geschichte. Eine tolle, tragisch-komödische Liebesbeziehung, Dreiecksbeziehung, was auch immer. Also wenn ihr mal wirklich ein bisschen abschalten wollt, aber nicht in Banalität abdriften wollt, dann guckt euch diesen Film an. Lost in Transnation mit Bill Murray und Scarlett Johansson. Ja, ein bisschen was anderes. Es geht um Lost in Transnation, in der Tat. Und der Christopher Street Day in Karlsruhe, ihr seht schön bunt, hat ja sein 40-jähriges Jubiläum geführt. Also immerhin, das muss man diesen Menschen lassen. Sie haben schon auch Durchhaltewillen. Und Motto ist natürlich, we are queer, we are here, Entschuldigung, always queer. Aber es gibt da natürlich noch eine ganz, ganz tolle Politikerin, nämlich die Tessa Ganser von den Grünen. Und sie will die Eltern kriminalisieren, die sich gegen die Umwandlung, Geschlechtsumwandlung ihrer Kinder wehren. Tessa Ganser hat in einem Gruß war dann die queere Community in Karlsruhe ihre neuen politischen Pläne dargelegt. Ganser plant, Eltern zu kriminalisieren, strafrechtlich zu verfolgen, sie sich der Transition ihrer minderjährigen Kinder widersetzen. Ein, wirklich ein Schmuckstück von einer Politikerin, die Tessa Ganser, also ja, wirklich Tim Kellner, kann sagen, ich wusste gar nicht, dass Politik so sexy sein kann. Aber was sagt dieses Es? Liebe queere Community in Karlsruhe, vor wenigen Tagen ist der neue ILGA-Report erschienen, so Tessa Ganser von den Grünen, in einer Grußbotschaft für den CST in Karlsruhe auf YouTube. Der Report zeige, dass Deutschland unter die Top 10 der queerfreundlichsten Länder aufgestiegen ist. Das ist ja mal wirklich eine Karriere, liebe Deutschen. Trotzdem werde man sich weiter für die Rechte von queeren Menschen einsetzen. Da sind wir doch alle beruhigt. Ganser verkündet, wir werden uns aber darauf nicht ausruhen. Ja, was will sie denn noch? Im Sozialgesetzbuch verankert werden soll, Zitat, der Rechtsanspruch auf medizinische Versorgung im Zuge der Transition für trans-, inter- und non-binäre Menschen, also Nemos und ähnliche Goldfische. Außerdem sollen die, Zitat, die Lücken beim Verbot von Konversionsbehandlungen geschlossen werden. Ganser meint damit nicht weniger als eine umfassende gesetzliche Verankerung der Möglichkeit, für Minderjährige tiefgreifende Entscheidungen auch Operationen über ihren Körper zu treffen, ohne dass die Eltern ein Mitspracherecht haben. Eltern, die die Geschlechtsidentität ihrer Kinder nicht unterstützen, dürfen so strafrechtliche Konsequenzen drohen. Soweit Tessa Ganser mit ihren politischen Träumen, vielleicht für andere eher Albträume. Aber es ist ja, es ist beim Trans noch nicht getan. Die Geschichte geht weiter. Wir sind schon als Homo Sapiens, das ist ganz wichtig zu betonen, als Homo Sapiens eine Entwicklungsstufe, evolutionsbiologisch gesehen weiter. Nämlich, wir sind jetzt schon auf Stufe D-Trans. Also das heisst Mann zu Frau, Frau wieder zu Mann, weil es irgendwie doch nicht so ganz passt, wie man sich das vorgestellt hat. Oder weil vielleicht das Outcome, das Schlussresultat, kosmetisch, seelisch, psychisch, physiologisch, was weiss ich, nicht dem ursprünglichen, man kann es nicht anders sagen, Wahnvorstellungen entsprochen hat. Und da gibt es schon diese ganzen Bögen, wie das geht. Also die Arc of Detransition, Stress, dann mit dem eigenen Geschlecht, Hoffnung, dazugehören, dass es geht, dass man etwas machen kann, Euphorie, Erwartungen, Enttäuschung, Lost in Transition, voilà, verloren in der Geschlechtsumwandlung, Bedauern, Angst und Detransition, also Rückumwandlung. Und es ist nicht irgendein bekiffter Gedanke von mir, sondern das muss man ernst nehmen, weil auch solche Postilien, seriöse Postilien wie die Atlantic, schreibt imperativ an uns Füdle-Bürger, Spiessbürger, Sternchen, Innen, mit und ohne Spiisse und Füdleis, take the transitioners seriously, also man muss, soll diese Menschen, die sich umwandeln und wieder zurückumwandeln, wirklich ernst nehmen. Some people reverse their gender transition, understanding their experience is crucial. Crucial heisst, boah, unglaublich wichtig. Ja, für was eigentlich denn genau? In der Schweiz wird ja aktuell ein solcher Fall, eine solche Causa abgehandelt. Zurück zu den Wurzeln, Nadja Brönimanns Detransition, schreibt Transition News, irgendwie das, also das soll nicht verwechselt werden, Transition News, herzliche Grüße und Gratulation, eine tolle Plattform, die ich sehr, sehr schätze, aber ja, manchmal gibt es eigenartige Wortspiele, aber das ist nicht der Grund, warum ich das bringe, sondern ich möchte einfach fairerweise die Quelle nennen von diesem Bericht. Also Transition News schreibt, Ihre Weiblichkeit von Nadja Brönimann, Ex-Christian, fühlt sich zunehmend falsch an. Jetzt ändert Nadja Brönimann ihr Aussehen und lässt auch den Namen Christian wieder zu. Die Transgemeinschaft reagiert ablehnend. Und so sieht Christian, also nein, eben noch Nadja, im mittlerweile Kurzhaar-Look als erster Schritt aus. Vor 26 Jahren wurde aus Christian Brönimann, Nadja Brönimann und sie zur bekanntesten Transfrau der Schweiz. Sie war in der Schweizer Öffentlichkeit ausserordentlich präsent und engagierte sich leidenschaftlich für die Belange der Trans-Community. Doch nun, mit 55 Jahren, zieht sie Bilanz. Die Geschlechtsanpassung hat ihr nicht das ersehnte Glück gebracht. Wer hätte das gedacht, liebe Freunde? Mehr noch, sie fühlt sich zunehmend eingeengt in ihrer weiblichen Rolle, wie die Schweizer Medien letzte Woche kurz meldeten. Ja, manchmal fühle ich mich, wenn ich engere Jeans trage, auch etwas eingeengt in meiner männlichen Rolle. Der Wunsch, wieder zu ihrem alten Ich zurückzukehren, wird immer lauter. Sie sagt, ich kann mit meiner Anpassung nie bei mir selbst an, sondern flüchtete in ein weiteres Lebensextrem, in einen anderen Körper. Und ich möchte wieder Ja sagen zu Christian, den ich jahrelang verdrängt habe, sagt Nadja bald wieder Christian Brönimann. Und das ist ja genau der Punkt, von dem wir schon mantra-mässig dauernd reden, dass man überhaupt nichts über die Endresultate, über das Outcome, wie man neu in Deutsch sagt, über die Enttäuschungen, über das Leid, weil es kommt und das kann wirklich keine Ziege weglecken. Vielleicht ein unschönes, falsches Verb, aber es ist nun mal so, in der Schweiz sagt man, es kann kein Geiss wegschlecken. Also sei uns diese Verschweizerung der hochgeachteten hauchdeutschen Sprache verziehen, man spricht nicht darüber, dass halt eben das nicht oft der Fall ist, dass man mit dem Schlussresultat kosmetisch, ästhetisch, physiologisch, psychologisch eben zufrieden ist. Und etwas, was eben auch verschwiegen ist, ab und zu kommt ein mutiger Psychiater hervor, der Psychologe, und sagt, das kann nicht die Lösung sein, weil wenn jemand einen solchen langen und steinigen Weg einer wirklich auch operativen Geschlechtsumwandlung gehen will, dann müssen da noch wirklich andere psychologische Komorbiditäten vorhanden sein. Und es stellt sich natürlich, das kann ich nicht abschliessend und das kann auch niemand abschliessend beantworten, macht es nicht Sinn, dass man zuerst die Komorbiditäten wirklich behandelt und dann als Ultima Ratio in diesen nicht nur äussert steinigen, sondern auch teuren Weg geht. Und wenn wir sehen, bei Tessa Ganser, da wird ganz klar verlangt, dass die Solidargemeinschaft der Krankenversicherten, um wieder mal Frau Ruth Dreifuss mit dieser grossartigen Aussage zu zitieren, das bezahlt. Und ich habe Patienten, die Nachwuchs haben, die das machen möchten oder am Machen sind, und die Krankenkasse bezahlt. Bezahlt wahrscheinlich nach 1,5 psychologisch-psychiatrischen Gutachten in diesem Sinne, aber es kostet etwas mehr als eine arthroskopische Menisektomie. Fahren wir fort. Ob sie den Namen Christian wieder offiziell annimmt oder sich hormonell umstellt, weiss sie noch nicht. Klar ist jedoch, dass sie nicht mehr bereit ist, ihre Weiblichkeit als starren Rahmen zu akzeptieren. Es sei ein bittersüsser Rückblick auf die vielen Operationen und die Nebenwirkungen der langjährigen Hormonersatztherapie. Immerhin muss man sagen, es bleibt wirklich zu hoffen, dass Nadja Acker-Christian Brönniman cool bleibt und vielleicht eine 55-jährige noch Frau mit ihrer Weisheit und ihrer Erfahrung, ihrer riesigen Erfahrung von 26 Jahren Transition ehrlich an die Öffentlichkeit kommt und eben auch sagt, was Sache ist. Und minderjährige, deviante Gehirne ohne jegliche Stabilität und insbesondere allenfalls noch woke Eltern, die finden, ja, das ist noch cool, wenn mein Kind sich operiert. Es gibt solche Exemplare. Erklärt, dass das wirklich nur eins sein kann, Ultima Ratio. Zu Beginn der letzten Woche postete Nadja Brönniman auf Instagram ein Foto von sich mit kurzen Haaren, versehen mit dem Hashtag Die Trans. Es war ein symbolischer Akt, ein erster Schritt auf einem neuen Weg, der vielleicht wieder zu ihrem männlichen Namen Christian führen könnte. Und jetzt kommt eben die Toleranz, die Intoleranz der Toleranten oder die Toleranz der erst recht Intoleranten, wie ihr es am liebsten möchtet. Für die Trans-Community, für die es sich jahrelang eingesetzt hatte, ist das ein Affront. Nadja Brönniman wird nun als Verräterin wahrgenommen. Ihre Worte und ihre neue Reise werden mit Schweigen quittiert. Trotz der überwältigend positiven Reaktionen aus ihrem Umfeld bleibt die Enttäuschung der Trans-Community gross und die Toleranz für diesen Schritt gering. QED Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Aber der Wahnsinn hat noch kein Ende. Apollo News berichtet, Eltern verlieren Sorgerecht für autistischen Sohn, nachdem sie Geschlechtsumwandlung ablehnen. Eine Familie aus Maryland verklagte das renommierte Children's National Hospital in Washington, D.C., weil es ihren 16-jährigen autistischen Sohn ohne elterliche Zustimmung einer Geschlechtsumwandlung unterzogen habe. Gratulation an Apollo News, dass sie schreibt, Geschlechtsumwandlung und nicht Geschlechtsangleichung, was absolut ganz grossen Alarm auslöst. Nämlich Bullshit-Alarm. Weil sie diese ablehnten, also diese Transition, hatten sie zudem das Sorgerecht verloren. Die Eltern, nicht Beistände. Das Kinderkrankenhaus Children's National Hospital in Washington, D.C., sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Eine Familie aus Maryland hat Klage gegen das Krankenhaus eingereicht. Sie werfen den Children's National Hospital vor, ihren autistischen Sohn ohne ihre Zustimmung einer Geschlechtsumwandlung unterzogen zu haben. Der Fall begann vor drei Jahren, im November 2021, als der damalige 16-jährige Junge nach einem Selbstmordversuch in die Klinik eingeliefert wurde. Laut der Aussage der Eltern habe ihr Sohn zuvor nie den Wunsch geäussert, ein Mädchen zu sein. Das Krankenhauspersonal informierte die Familie jedoch, dass er sich als weiblich identifiziere und künftig mit weiblichen Pronomen angesprochen werden wollte. Als 16-Jähriger spricht er nach einem Suizidversuch über Ansprechen mit speziellen Pronomen. Da möchte ich jetzt ein Fragezeichen setzen. Die Eltern lehnten dies ab und dokumentierten, ihr autistischer Sohn sei leicht beeinflussbar. Sie werfen dem Krankenhaus vor, eine Zitat umfassende Kampagne zur Transgender-Umwandlung ihres Kindes gestartet und ihn einer mentalen Umprogrammierung unterzogen zu haben, wie die Daily Mail berichtet. In der Folge verloren die Eltern das Sorgerecht. Ihr Sohn kam in eine Pflegefamilie und lebt seitdem nicht mehr bei ihnen. Inzwischen ist er 19 Jahre alt und volljährig. Die juristische Auseinandersetzung hat die Familie nach eigenen Angaben finanziell ruiniert. Sie mussten ihr Haus verkaufen, um die Anwaltskosten zu decken. Der Fall befindet sich derzeit im Berufungsverfahren. Ja, also eben diese Strömung, ich muss vorsichtig sein auf dieser Plattform, das kann genauso ein Spaltpilz sein wie eine gewisse Phase, die wir durchgemacht haben in den letzten drei, vier Jahren. Es kann wirklich ganze Familien ins Elend stürzen, weil natürlich, es ist eine praktische Sache und es ist eine ökonomische Sache. Wenn Spitäler natürlich einen Braten riechen und eben solchen hilflosen Menschen in einer schwierigen Situation irgendetwas auf die Nase binden können, dann gibt es Money. Und es ist ja die Geschichte der Chirurgenausbildung, wenn man das natürlich, wie ich das vorher propagiert habe, als Ultima Ratio macht, dann gibt es ja viel zu wenig Operationsmaterial. Aber so wie du den FMH-Facharzttitel in Chirurgie nur bekommst, wenn du so und so viele Gallenblasen und Blinddärme und was weiss ich operiert hast, dann brauchst du ja auch Gallenblasen und Blinddärme zu operieren. Weil wenn es die nicht gibt, dann weil man keine entzündlichen Gallenblasen hat, weil man vielleicht sich ein bisschen mehr bewegt, nicht so fett ist, etwas anders ist, dann ist ja weniger Human Resources da zum Operieren. Und stellt euch vor, wenn man jetzt wirklich seriös, wie es das Gebot wäre, solche Abklärungen durchführt, wirklich minutiös, mit allen möglichen Befragungen, auch abwarten, vielleicht bis eine persönliche Reife vorangeschritten ist, dann gäbe es ja noch einen Brückteil dieser Operationen. Und dann muss man sagen, irgendwann kann man sie dann auch nicht mehr machen, weil die Menschen, die Chirurgen, die das machen, einfach zu wenig Trainingsmaterial haben. Das ist ein Teufelskreis, aber ich bin überzeugt, wirklich, und ich strafe vielleicht einige wenige Lügen, ich bin überzeugt, die Menschheit würde gut überleben, auch wenn man nicht geschlechtsumwandelnde Operationen durchführen würde. Meine Meinung, ihr seid vielleicht komplett anderer Meinung, das ist natürlich legitim. Ich bin der Meinung, ja, erwachsene Menschen sollen das machen, wenn sie wirklich das Gefühl haben, sie können es für sich entscheiden, in ihrer momentanen Lebenssituation. Aber, es ist irgendwo dann am Schluss, das klingt ganz schlimm, es ist dann irgendwann ein handwerkliches Problem, weil ich glaube, mit langsam, langsam, pole, pole, piano, piano, würden sich viele Menschen dann doch entscheiden, eben nicht einen so langen, geschilderten, beschwerlichen, steinigen Weg zu dehnen. Und in diesem Falle trifft das Sprichwort Per Aspera Ad Astra über raue Pfade zu den Sternen wirklich nicht zu. Ich möchte aber wieder mal aufhören mit einem Buchtipp. Lost in Transnation, A Child Psychiatrics Guide Out of the Madness, also Lost in Transnation, ein kinderpsychiatrischer Führer ausserhalb des Wahnsinns, geschrieben von Miriam Grossman, einer Ärztin. Das Buch ist wirklich äusserst empfehlenswert. Es ist hier. Ich habe es geschenkt bekommen von einem ganz lieben Freund, von Thomas. Und was hat er reingeschrieben? Hasta la victoria siempre, el cansao. Also auf einen ewigwährenden Sieg der Erschöpfte. Vielen Dank, Thomas. Es ist wirklich Lost in Transnation, äusserst empfehlenswert zu lesen. Allerdings, es rollt einem manchmal auch Zeichenegel hinter. Und ich möchte schliessen, ein bisschen lockerer. Ja, die Evolution, da haben wir angefangen. Sie macht manchmal Fehler und wichtig ist, dass man es erkennt. Voilà. Reverse, quickly, it was a bad mistake. Und ganz zum Schluss, liebe Freunde, fragt der pubertierende Sohn seinen Papa. Du, Papa, was ist eine Transe? Und er sagt, frag Mama, der weiss das. In diesem Sinne sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, ich muss es nicht mehr zeigen. Hasta la victoria siempre. Mein Name, Marco Caimi. Meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos. Man sieht sich und einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch allen. und einen wunderschönen Dienstag